Alright guys, wir sind wieder back und heute meine lieben Freunde zeige ich euch, dass Black Aster nicht nur eine Maschine in PvP ist, sondern auch in PvE und zwar in dem Orden Battle hat er einen extrem, ja einen extrem, extrem nicen Fight hier und zwar gegen den blauen Brie hier und zwar kann er den Albtraum, also hier gegen die Albtraum Schwierigkeit spielen, dagegen ist er eine Maschine. So sieht mein Team aus, ich habe es mit dem schon mal geschafft, Fulguleon wegen Barrier Removal, also der ist nicht wegen Damage hier, die würde ich Full HP und so bauen, Fulguleon, wenn ihr eine bessere Healerin habt, dann nehmt die, ich habe die jetzt einfach genommen, weil ich keine richtige Healerin habe, ich habe das sogar geschafft, wo die noch UA war und nur auf Level 60 war, nehmt irgendwelche Healerin, ich habe jetzt einfach die rote genommen, die tut ihr Job. Dann haben wir William für den Aster Buffer und natürlich Aster für die Nuke, weil der Anti-Magic bekommt und so sieht ungefähr das Team aus, wir spielen ohne Items und ich würde sagen, wir gehen mal in die erste Runde rein, natürlich gehört ein wenig Luck dazu, aber ich glaube das Team ist gut genug, dass es, dass es da schon klappen kann. So das Schwierige bei dem Boss ist natürlich sein Damage und seine zwei Attacken am Anfang, genau, dann müssen wir hier restarten. Ja das Schwierige ist halt sein, ähm, seine Barrier, deswegen haben wir Fulguleon mitgenommen, er macht sich geisteskranke Barriers, deswegen kommt Fulguleon hier in Klatsch. Man könnte, ja man könnte noch alle, ja viele mitnehmen, also viele haben heute Barrier Removal, jeder Season 4 Charakter, okay perfekt, er geht auf Aster, das ist Best Case Szenario, dann geben wir uns die Fulguleon. Oh nein, warte, ich mach das so aus, äh, danke für ein Follower, oh ey, ich bin nicht live, okay, zwei Stück, okay, ja, ich hab's jetzt ausgemacht, danke für die Follower, aber grad im Video, das ist ein bisschen nervig, deswegen, also mit Fulguleon macht seine Barrier weg, ich würde sagen, äh, am besten ihr spart seine Ultimate und geht nur mit der zweiten Attacke rein, somit könnt ihr eure Defense boosten und die totale Verteidigung, äh, äh, applyen. Äh, ich würde noch nicht die Ultimate von Mimosa einsetzen, sondern einfach nur, äh, sondern einfach nur, so, das hier machen, dann healt die ihn, äh, die sterben nicht, das ist sehr gut, äh, er ultet Aster immer, äh, aber wahrscheinlich geht er auf D mit der meisten Defense, äh, ich glaub ich mach schon mal das hier, kann nicht schaden, das für zwei Turns auf jeden Fall schmeckt, dann würde ich, er hat immer noch kein Anti-Match, das heißt, wir stallen so lange, oder halt, wir halten so lange hin, bis er Anti-Magic bekommt und dann ulten wir rein, weil mit seiner Ult macht er am meisten Damage und er hat immer noch keine Barrier, das heißt, wir machen das, geben ein bisschen Brand-Damage, why not, ähm, nö, nö, ich heal nicht, nein, die healt Aster auch, wie unnötig, okay, ähm, das wird jetzt ein bisschen nervig, wir machen nochmal das, ähm, das wird jetzt nervig, weil Mimosa jetzt den falschen gehealt hat, das kann die Runde sehr hinaus zögern, leider, ähm, ja, RIP, gut, dass er auf Aster geht, ist perfekt, dann machen wir das hier, so, ist gut, ähm, machen wir das, ja, jetzt ist die Frage, ich glaube, ich mach einfach nicht, nicht die Ult, ich halte so lange hin, und auf Aster, das wäre jetzt echt lame, dass die Aster gehealt hat, einfach nicht Best-Case-Szenario, ähm, ja, jetzt die Sache, äh, ich glaube, ich muss gleich healen, gut, das ist perfekt, 20, ah, immer noch kein, okay, doch, er hat Anti-Magic, das heißt, wir ulten rein, das ist perfekt, er, oh, what the f-, okay, so viel, oh, 600.000 Damage, das habe ich auch noch nicht gesehen, oh, 600.000 Damage, habe ich auch noch nicht bei dem gesehen, wir gehen auf Safe und Heal nochmal Full, natürlich verliebt er sein Anti-Magic, aber ist nicht schlimm, ähm, wir haben das easy, ja, der, das ist die Nuke, also die Stärke, von Motherfucking Black Aster mit seinem Anti-Magic, das ist komplett geisteskrank, äh, der hat keine Chance, also habt ihr das gesehen, natürlich hat er, wurde er noch gebufft, von den Bro hier, von William, das war, ist natürlich auch stark, aber allein, alleine er hat wahrscheinlich auch extrem viel Damage gemacht, wir machen nochmal das hier, oh, ich hätte es vielleicht auch sparen sollen, war vielleicht nicht so schlau, nee, nee, das wäre glaube ich nicht schlau, dann machen wir das auf William, äh, wenn er jetzt Barrier bekommt, war es echt dumm von mir, okay, bekommen keinen, äh, Barrier und die Runde sollte eigentlich gleich vorbei sein, oh, und ist vorbei, ja, Black Aster, hier, ihr könnt sehen, Albtraum, wir bekommen 30, ähm, sogar extrem easy war das, das war nicht mal mit Ansatz schwer, ähm, also der Typ ist geisteskrank, okay, ich habe gerade gemerkt, ich habe nicht genug, ähm, Beitrittspunkt, ich wollte eigentlich noch eine Runde machen, aber, ja, so ist das, Black Aster hat das gerade komplett zerstört, also 600.000 Damage habe ich auch noch nicht gesehen, ich, bei mir macht er irgendwie so 400k, aber gerade 600k war echt funny, ähm, ja, ich denke, man könnte vielleicht noch, ah, nee, ich glaube, mein Team ist eigentlich schon gut, mit William, äh, William, Black Aster und hier die Healerin, ähm, ihr braucht aber irgendwas zum Healen, also irgendwas, was so, ja, was eure HP erhöht, was eure Lebenschance erhöht, ähm, am besten nicht Aster Healen, ja, am besten nur eure drei anderen Charakter Healen, nicht Aster Healen, äh, weil sonst bekommt ihr also nicht sein Anti-Magic und die Runde wird einfach unnötig länger dauern, und, ja, wie gesagt, einfach auf seine Ult warten, dann werden die Anti-Magic hat Ulten und er sollte, der Goat, sollte das eigentlich One-Shotten, ähm, ja, falls ihr wissen wollt, was sei, ich kann es einfach mal kurz zeigen, hier ist sein Gear, ähm, ja, einfach Defense, bisschen angehen, am meisten Defense am besten und hier sind seine Teile, am besten Full Defense hier drauf geben mit seinem Zubehör, und, ja, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal auf seine Stärken, ich habe natürlich hier Full Duped, Talente, Bam, Bam, hier auf Arn-G, Kampfrausch, ihr könnt natürlich auf Crit-Schaden gehen, ich glaube, ich hätte noch, ich hätte 10% mehr Damage gemacht, hätte ich auf Crit-Schaden gegangen, ähm, ihr braucht aber dafür auch guten Crit-Rate, das heißt, äh, wenn ihr hier auf Crit-Schaden geht, holt euch Crit-Rate, das wird ihr auf jeden Fall extrem viel Damage geben, dann hier natürlich Verteidigung und, äh, Verteidigung pro Welle, also Ausdauer und erhöhte Verteidigung und das hier bekommen, also halt, ähm, weil er Block gibt, gebe ich hier Schwächung, Immunität, wenn, äh, ein Angriff geblockt wird und Genauigkeit und Durchdringung, man könnte natürlich das hier auch machen, also wie war es nochmal, SP und das hier, ihr wollt nicht LP-Wiederherstellung auf ihn geben, er soll so wenig HP heilen wie möglich, damit er auf Anti-Magic kommt, also das ist das Wichtigste bei dem, ähm, er soll nicht sterben, aber er soll auch nicht Overhealed werden, wenn ihr versteht, was ich meine, so muss man mit Black Aster spielen, er soll unter 40% bleiben, aber er soll nicht auf 0 fallen und ja, man könnte natürlich auf SP plus 1 und auf Schadenwiederstand gehen, aber so ungefähr sieht das aus, äh, wie man PvP bildt eigentlich und ich denke, der Typ ist eine Maschine, nicht in PvP, nicht nur in PvP, sondern auch in PvE, wie ihr seht, wir haben den Boss komplett gekleppt und ja, ich, äh, zeige nochmal kurz meine Builds mit, äh, das z.B. William, das ist, ähm, wie Mosa, ich hab dir, ich hab einfach, äh, das ist lustig, ich hab einfach Bild von, äh, Julius gegeben, weil ich keinen Bock hatte, ihr Bild zu, ihr Ding zu bilden, ähm, ja, ihr könnt einfach Magic ANG, also die macht Healing auf Magic ANG, also bildet ihr die auf Magic ANG, sollte eigentlich klappen und Frigolion einfach HP oder so, I don't know, der soll, der macht kein Damage, HP, Defense, irgendwas, äh, der soll einfach nicht sterben, so ein Ding ist das und falls ihr keinen Frigolion habt, dann könnt ihr natürlich noch ihn hier, wenn ihr, falls ihr ihn habt, er hat hier auch Barrier Removal, sonst könnt ihr noch sie mitnehmen, was nicht, was ich nicht empfehlen würde, glaube ich, aber die hat auch hier bei der Ultimate Barrier Removal, äh, nur bei der Ultimate, ja, hat ihn nur bei der Ultimate, dann hat noch, ähm, Noelle Barrier Removal auf Komboangriff und Charmy hat auch noch Barrier Removal, ähm, Charmy, ne, die ist nicht hier, Charmy ist hier, die hat auch hier noch Barrier Removal, ähm, das sind nur die Charakter, die ich habe, die noch Barrier Removal haben, ich glaube, es haben noch ein paar andere Barrier Removal, aber die kenne ich hier gerade nicht aus dem Kopf heraus, das sind so die Charakter, die man auch nehmen könnte anstatt für Golion, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und lass gerne ein Abo und Like da und Tschüss!